Dominik, in Excel muss ich ab und zu Add-Ins aktivieren oder ich will sie dann anschließend auch wieder ausschalten. Was ist denn da der schnellste Weg dazu? Normalerweise gehst du wahrscheinlich auf die Registerkarte Datei und dann links unten auf die Optionen, wählst dann links die Add-Ins. Dann musst du immer einen Moment warten, bis die auch reingeladen sind. Und jetzt musst du dich unten entscheiden, willst du ein Excel-Add-In ein- und ausschalten oder ein COM-Add-In. Und je nachdem, was du dann auswählst, klickst du auf die Schaltfläche Los und kannst dann dort die Add-Ins aktivieren oder deaktivieren. Das ist ein relativ langer Weg. Es geht noch viel, viel schneller. Wenn du mal auf deine Registerkarte Entwicklertools wechselst, dann siehst du dort eine Gruppe, die heißt Add-Ins und dort kannst du direkt zu den Excel- und zu den COM-Add-Ins springen. Wenn du aber die Registerkarte Entwicklertools nicht eingeblendet hast, weil du nichts mit Makros oder Add-Ins machst, dann würde ich mir diese Befehle in die Schnellzugriffsleiste legen. Geh bitte mal oben in deine Schnellzugriffsleiste auf dieses kleine Dreieck, was nach unten zeigt und wähle dort bitte weitere Befehle. Jetzt wissen wir ja, dass diese Befehle auf der Registerkarte Entwicklertools sind. Deswegen wählst du jetzt im linken Dropdown mal bitte Registerkarte Entwicklertools. Und dort ist der Eintrag Add-Ins, der hinten so ein kleines Viereck hat. Den wählst du mal aus, das ist nämlich die gesamte Gruppe, die wir vorhin auf der Registerkarte Entwicklertools gesehen haben. Die fügst du jetzt deiner Schnellzugriffsleiste hinzu und wenn du jetzt oben in deiner Schnellzugriffsleiste auf das Symbol klickst, dann siehst du diese drei Befehle aus der Gruppe Add-Ins aus der Registerkarte Entwicklertools. Die fügst du jetzt der Schnellzugriffsleiste hinzu, dann siehst du jetzt die Schnellzugriffsleiste hinzu. Die schnellzugriffsleiste hinzu, dann siehst du jetzt die Schnellzugriffsleiste hinzu, dann siehst du jetzt die Schnellzugriffsleiste hinzu.